Oh, 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 guten Tag, guten Tag, Herr König, Herr König, Herr König. Ja, du weckst mich aus dem Schlaf, Frau Königin. Oh, Herr König. Ja, was ist denn, was möchtest du von mir? Ich war schon mehrmals an der Tür von Neil, Phil und Danny. Die sind einfach nicht da. Der Neil, der Phil und der Danny. Wisst ihr, wo die sind? Wo sind die? Oh, müssen wir vielleicht mal den Räuber fragen. Ich bin der Räuber Hotzenplot. Ich habe Neil und Phil geklaut. Und den Danny? Nein, die habe ich alle entführt. Nein. Doch, doch, Frau Königin. Wo hin denn? Na, Korsika, die müssen da jetzt baden, zwei Monate. In Korsika im Wasser? Nein. Das wusste ich ja gar nicht. Wo ist denn Korsika? Ganz weit weg? Ist das wahr? Ja, ganz weit weg. Die mussten, ich habe die weggeschickt. Die mussten mit der Fähre fahren. Auf dem Schiff. Wollen wir die mal fragen, ob es schön war? Ob sie Spaß hatten? Kinder, ist es schön bei euch? Habt ihr Spaß beim Baden? Wo ist denn der Danny? Kann er schon krabbeln? Und was macht Phil? Hat er nicht Sehnsucht nach dir? Königin, nach der Oma? Weiß ich nicht. Seid ruhig, sonst schicke ich euch auch gleich nach Korsika. Ja, 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 ja. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hey, lass meine Frau in Ruhe. Lass die Königin in Ruhe. Sollen wir mal nach dir in Ruhe? Denny, wo ist Denny? Denny, wo ist Denny geblieben? Wo hast du unseren Denny? Der Harte ist jetzt auf Korsika. Der versucht schwimmen zu lernen. Ja. Viel Spaß im Urlaub. Bye, bye. Wir vermissen euch. Kommt bald wieder nach Hause. Frau in der Hotzenplatz. Bringst du uns unsere Enkel mal wieder? Ja, 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 mach ich. Ciao, schöne Grüße, viele Küssen. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.